Gott liebt Menschen und Gott liebt es, uns Menschen nahe zu sein. Im Alten Testament heißt es schon, dass Gott sagte, ich will in ihrer Mitte wohnen. Und diese Vision Gottes ist zustande gekommen, als Jesus auf diese Erde gekommen ist. Johannes 1, Vers 14 heißt es, das Wort Gott selbst wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er hat ein Erlösungswerk bewirkt, sodass wir Zugang bekommen können zu Gott, dem Vater. Er ist aufgefahren zum Himmel und nun kommt er in Form des Heiligen Geistes zurück zu uns. Jesus ist in Form des Heiligen Geistes zurückgekommen auf diese Erde, um das Werk zu vollenden, welches er angefangen hat. Das heißt im Klartext, jedes Mal, wenn ein Mensch Jesus empfängt, wird das Wort Gottes, wird Gott selbst Fleisch in dieser Person. Ein Mensch empfängt den Heiligen Geist und Gott selbst nimmt Wohnung in deinem Innersten. Was für eine fantastische Wahrheit. Mach dir das bewusst. Du bist nicht allein, sondern das göttliche Leben ist in dich hineingekommen. Gerade in diesem Augenblick möchte Gott dir ein Bewusstsein schenken von dem, dass dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und dass Jesus durch deine Augen hindurch schaut, dass er durch deinen Mund hindurch reden möchte und dass er mit deinen Händen Menschen berühren möchte. Gott ist da. Er ist inmitten der Menschen und er wohnt in dir und in mir. Früher haben wir die Sau rausgelassen. Heute darfst du Jesus rauslassen. Du darfst seine Kraft fließen lassen. Wenn wir Menschen die Hände auflegen, vertrauen wir Gott, dass seine Kraft aktiv wird. Wir müssen uns nicht anstrengen, sondern die Bibel sagt, Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, Vers 27. Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Herrlichkeit steht für Krafterweisung Gottes. Gott möchte seine Liebe zeigen. Er möchte seine Heilungskraft zeigen. Er möchte Glauben, Hoffnung spenden. All das geschieht durch den Christus in dir. Also, wir fassen noch einmal zusammen. Gott will in der Mitte der Menschen wohnen. Es ist geschehen das erste Mal durch Jesus, der auf diese Erde gekommen ist. Er wurde Fleisch und Blut. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und nun ist Jesus zurückgekommen durch den Heiligen Geist auf diese Erde. Nimmt Wohnung in uns. Und es kommt zu einer Multiplikation des Reiches Gottes. Sei gesegnet in dieser Woche in dem Bewusstsein, dass Christus in dir ist und dadurch das Potenzial, das Zeichen und Wunder in deinem Umfeld geschehen. Vertraue Gott. Es ist nicht deine Kraft, die Zeichen und Wunder bewirken kann. Aber es ist die Kraft des Heiligen Geistes in dir.